Was hast du? So! Strand jetzt haben wir! Ich geh jetzt noch geschwind gute Nacht sagen und dann können wir beginnen, ok? Jawoll! Ich beginne eh schon! Wort auf dir! Nicht zu einfach auf jeden Fall! Aber da haben wir das Erste! Was hast du? Ein Bredl! Das Zweite! Ah, ich brauche ein Seil! Seil habe ich noch gelangen, ich habe es gesehen eigentlich! Können wir mich einfach in Norbert killen? Für das Seil? Ja! 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 So kann ich Ihnen sein herstellen? Plastikarfen, Beziehung! Pflanzen, Beziehung! Pflanzen, Beziehung! Wir steigen jetzt auf eine Insel zu! Sehr gut, oder? Okay! Was am Anfang halt ist, wenn wir vom Floß gehen, müssen wir aufpassen, wenn das Floß schwimmt dann immer weiter, solange wir keinen Anker haben! Ah! Das ist das Strand nicht! Wo ist dann Norbert? Ist er untergeflogen? Anscheinend! Hast du ja schon mit dem Bauhammer gemacht oder nur so? Bauhammer! Ohne geht es anscheinend nicht, oder? Ja! Ich wollte nur wissen! Okay! Ob es auch ohne geht, bevor ich den dann mache und dann... Oh! 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 Der Huren! Ich baue einfach mal ein bisschen aus, oder? Die Flächen! Ist das Floß eigentlich? Was? Ich wollte schon mal, ob ich das schieben kann! Aber ich kann es nicht schieben! Ich kann dir da mal was droppen da, schau! Ich brauche Kunststoff! Ah ja! Und da? Habe ich den Blanken getroppt? Habe ich dir noch Blanken getroppt dann? Okay! Danke! Wie machen wir das eigentlich mit dem... Ähm... Mit dem Volus? So, das fängt an der Insel! Ja! Später kannst du steuern! Achso! Da brauchst du dann... Warte mal! Da brauchen wir einen... Wir haben einen... Wir haben einen Wurfanker! Da brauchen wir blanke Seilstein! Dann Segel! Blanke, Palmblatt, Schrott! Ah ja! Wir müssen eh wahrscheinlich jetzt mal ausbauen! Naja! Ich muss schon was mit auf... Na ahnung gehen! Nein! Puh! Stabil! Das Hauptproblem ist eigentlich das Kunststoff! Alter, wieso bin ich gestorben? Wissen wir nicht! Du warst auf einmal nicht in einem Floß oben! Und wir schwören, wir haben wirklich nichts gemacht! Kannst du da einfach respawnen? Natürlich liegst du wieder tot da! Schwer, hier liegt er tot in der Luft, siehst du noch nichts! Ha! Du Wissen! Zwei das... Zwei von... Zwei Drittel, da sehen wir den Dust verlieren! Na geschlechtig! Du hast eh nix gehabt! Na, Alter! Er hat nix gehabt! Ich glaube aber das geht gar nicht, dass man mit ihm reinstoßen kann, oder? Ich weiß es! Weiß ich extra gar nicht! Ich auch nicht! Schau mal, da... Da... Da geht nicht, schau! Gibt doch... Was geht durch? Achso... Jaja, aber ich dachte vielleicht kam... Weißt du, man hätte dich vielleicht irgendwie raus... Geboxt oder so, unabsichtlich! Na, das geht nicht! Oh, Alter! Ja, okay! Das spielt keinen Sound, oder habe ich... Lass den Profi das machen! Warte mal! Hey, da hinten ist ein Floß, oder so! Man sieht's! Da hinten ist eine Insel auf jeden Fall wieder! So, ich bau mal wieder ein Stück aus! Da hat irgendwie keinen Sound bei dem Spiel! Gar keinen? Nein! Na, Labern! Das stellt er sich jetzt an! Jetzt hat er eine Stunde nichts gemacht! Aber weißt du, bei mich schimpft er! Hast du das Seil mit dem Hammer auch gemacht? Ah, da ist er! Nein, brauchst du nicht! Hab schon, hab schon, hab schon! Blank und Seil! Warte, mein Haken ist bei dem Arsch! Ja, mein auch! Wie kann dein im Arsch sein? Achso, du bist ja gestorben wahrscheinlich deswegen! Ja! Ja! Bei den zwei Drittel wird das vielleicht da abgezogen! Ja! 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 Also in der links ist ein Schiff, du verlassen das! Na! Der Geordi wird uns so ficken wahrscheinlich! Ich lenke ihn halt ein bisschen ab! Er hat mich! Er hat mich! Er hat mich! Bissen! Dittrexer! Du hast mich nicht beschützt, Wilson! Du hast mich! Lassen lassen, Georgi! Gebrochen irgendwo! Kann ich mal kurz die Welt speichern und noch mal kurz aussteigen? Mal ab! Ja! Ähm! Moment, ich hab noch ein Forschungstisch gebaut! Den Wechter kurz platzieren! Jetzt wird aber die Welt gespeichert. Was? Um das kümmert er sich jetzt? Jetzt speicher ich's. Jetzt speicher. Bitte. Ich hab da absolut keinen Sound, oder? Eine Stunde hat er Zeit. Okay. Was denn? Ich will sie dann auch immer nicht zu weit beitreten. Du müsstest ja hier schon den Menü an Sound hören, Norbert. Ja, ist total komisch. Ich höre überhaupt nirgends was. Dann liegt's aber nicht am Spiel. Dann kannst du das Spiel nochmal nochmal neu starten, wenn du's nix hast. Dann hast du sicher irgendwo was falsch eingestellt. Ah, jetzt hör ich was. Okay. Aber die Welt beitreten geht immer noch nicht. Ja. Dann schieß ich nur drei Minuten. Alter. Was hast du jetzt ne Stunde gemacht? Hättest du den Sound schon testen gehen? Hm. Na endlich. Ich glaub der Forschungstisch war unnötig. Vielleicht sollten wir uns zuerst schauen, dass wir Essen dann haben. Ja, deswegen wollte ich ja, ich dachte vielleicht kann ich eben das in die Richtung erforschen. Man kann's sogar schon bauen. Du hast da oben dann schon... ...n einfacher Grill, einfacher Reiniger. Jetzt kann... Weil wir brauchen auch Wasser. Ja, einfacher Reiniger. Und leere Tasse. Achso. So, so Wasser könnte ich nicht schwimmen da immer, aber ist da nix Wasser drin? Das ist nur Kunststoff. Ja. Und beide dabei. Boah, das war bitter. Stein würde mich halt interessieren, das ist sicher irgendwo am Meeresboden. Vermutlich, ja. Oder Insel. Oder Insel. Oder ist der Dunkel. Oder. Ähm, sowas Bauching. Auf der falschen Station, Bauchhammer, Plastikhaken. Ähm, Holzspeer. Schaut's einmal. Da hab ich jetzt einmal... Kann man das irgendwie drehen? Oida. Oida. Der Hei hat dich angegriffen. Komm aufs Floß, Norbert, schnell. Er schwimmt nicht. Oida, fick dich. Wichser-Hei, Oida. Oida, geht nicht. Jetzt schon. Einmal sterben. Einmal sterben geht noch leicht. Weil der Wind nicht so stark ist. Ich komm nicht hoch. Aber der Wind ist so stark. Ah, jetzt. So, also das ist einmal fürs Wasser. Tschüss, Wichser-Hei, Oida. Ich komm her, Oida. Und das ist... zum Grillen. Und für eine Angelrute bräuchten wir... ...Planke und Sal. Okay. Oida, mit dem erwischt man gar nichts. Hahaha. Was macht man eigentlich? Kann man das Seil vielleicht aus Blättern oder so herstellen? Ja, aus allen Blättern. Ja. Oder ich hab was Wurfettes an Land gezogen. Wieso, dann habe ich sie da. Ich hab Stein. Aha. Oida, das ist ein Fassenfettes. Mhm. Besser sind geil. Tschüss. Oida. Der Chargy war hinter dir her. Jetzt lass ich genau, was dich fühlt. Oida, wieso bin ich bewegungsunfähig? Ah, warte, ich muss noch mal im Bett machen, dann kann ich dich irgendwie... Vielleicht bist du vor Duscht oder so. Ja. Machst du total auf deine Waffe? Nägel. Wasser, ja. Ich kann keine Nägel herstellen. Soll ich Wilsins was zu schmeißen? Nägel kann ich auch keine herstellen. Ich hab halt nur einmal Schrott für die Nägel. Ich kann halt sonst nichts machen, oder? Nein, anscheinend nicht. Ganz abgerissen. Ich glaub Norbert möchte nicht mehr aufstehen. Ich dachte, du würdest mich wiederbeleben. Hören wir ja nicht, haben wir ja gerade gesagt. Ja, hörst du zu? Survive one day. Zweimal gestorben schon. Ich frag mich halt, wie geht das jetzt an ohne Feuer? So, warte mal. Ich verdurste, Alex. Ich weiß, ich hab Support, aber ich weiß nicht, wie ich das anmach. Jetzt auf die Schneide. Ich brauch schon deine Kiste. Man kann da nämlich nichts sagen. Bei dem. Nicht auf E oder so öffnen. Der Haar. Wir haben nichts für den Haar. Wir haben keinen Sperr. Bumm. Leute, ich seh grad meine Axt ist weg. Also mein Angler. Ich verdurste, Alex. Ich verdurste, Alex. Alex, hast du Schrott? Wir brauchen eine Kiste. Du musst eine Kiste machen, weil sonst haben wir ein Problem. Ich hab einen Bauplan von einer Antenne. Du brauchst Schrott einmal. Ich hab keinen Schrott. Scheiß, Alter. Weil ich sterb sonst gleich. Und ich hab so viele Sachen schon gesammelt. Dann dropp sie alle. Ich sterbe nämlich auch gleich. Oh, komm, stopp. Obwohl. Wie droppt ihr das? Einfach rausziehen. Ups. Wenn es im Kurzmenü ist. Also so. Einfach rausziehen. Ja. Ich brauch den Bauhammer. Plastik, Plastik, Plastik. Yes. So, ich hab schon rote Rüben und Kartoffeln angepflanzt. Da steht, braucht frisches Wasser. Du brauchst wahrscheinlich einen, einen Krug. Ich trinke jetzt mal Salzwasser. Das geht nicht, hab ich schon probiert. Achso. Ich hab, äh, habst du Salzwasser gefüllt? Ja, ich auch. Aber ich hab's auch schon hingestellt an der Tasse. Aber ich weiß nicht, wie es... Verwende Bretter als Brennstoff. Ja, aber wie zündet man's an? Bretter sind drin. Vorhin war's kurz angezündet, Alex. Nämlich. Das Problem ist, ich hab da keine Anzeige. Ich kann nur entfernen sagen. Dann tu's nicht entfernen. Nein, nicht. Tu ich eh nicht. Alex, achso. Vorhin war's irgendwie angezündet, einmal kurz. Jetzt muss ich mal nen Hammer machen, wieder. Boah, da brauche ich zwei Seile. Angelroute-Bauhammer. Boah. Ich versteh das nicht mit dem... Mit dem Dings. Da bin ich early. Jetzt sterb ich gleich. Ja. Ah, oh ja, das hat funktioniert jetzt. Was hab ich gemacht? Was hast du gemacht? Warte mal. Boah. Es brennt. Und wie kann ich das jetzt dann... Okay. Oder es dauert? Wie hast du das gemacht jetzt? Ich bin einfach ganz nah hingegangen und dann ist gestanden, Tasse hinstellen. Aber ich kann sie nicht nehmen, aber... Vielleicht muss ich erst fertig purzeln. Es hat Salzwasser. Ja, das Salzwasser wird ja gekocht. Kann eine Tasse Salzwasser zu Süßwasser? Verwendet Bretter... Ja, okay. Da müssen wir wahrscheinlich einfach warten. Ja, geht. So. Und jetzt geb ich wieder eine hin. Jetzt hab ich... Okay, dann müssen wir jetzt immer warten. Ja. Aber wie hast du das jetzt angezündet? Es... Automatisch geht das dann an. Sobald du die Tasse hinstellst, kommt das Feuer. Ah, das ist fast eine... Eine Tasse gekraftet. Okay, komm. Vielleicht ging's auch nicht an, weil da ständig Wasser auf unserem Fluss war. Boah, das war's. Ciao. Alles wieder. Alles wieder. Aber mal Respekt vor dem Barber. Was... Ehrlich nicht leicht das anging. Nein. Überhaupt wenn einer davor steht. Boden. Du hast dich jetzt gerade vor mir gestellt. Ja, was kann ich dafür, wenn du von der Mitte aus angelst? Scheiße, ich bin schon wieder aus, Alex. Ja, weil jetzt geht nichts mehr... Genau, jetzt hast du's trunken. So hast... Genau. Ah ja. Ah! Okay, jetzt versteh ich's. Okay, einen Kunststoff brauche ich noch. Ups, entschuldige. Kunststoff, da kommt Kunststoff. Kunststoff. Ich habe uns was gebaut. Holt Sperre hoffentlich. Planke und Seil brauche ich da, okay. Ich werde jetzt mal dann was bauen, zur Abwehr. Aber wir müssen doch die Dinger gießen. Warte mal, RMB, Wasser einfüllen. Ah! Salzwasser füllen? Einfüllen, fast. Bist du aber, jetzt habe ich was... Großes geangelt. Na Trug... Anglst du schon alles? Achso, so. Geh... Geh... Geködert. Stimmt. Was brauchen wir jetzt für Angeln? Seil. So. Flüssigkeit einfüllen. Aber wo einfüllen? Und deinen Becher. Ah, mit Salzwasser füllen. Und jetzt trinken. Ich brauche Palmenblätter. Fünf hätte ich. Kannst du die tropfen, bitte? Danke dir. Seht ihr die Sachen wahrscheinlich, die du draufgehoben hast? Nehme ich an, von vorher noch. Ich habe nichts aufgekommen von euch. Wer hat denn die Sachen aufgekommen? Du hast die Sachen nicht aufgekommen, Norbert? Nein. Das ist Lust. Jetzt sind die alle weg dann. Ich dachte, ihr nehmt das auf, wenn ihr wieder gespawnt. Ja, wenn wir gespawnt sind immer, wenn es dazwischen weg ist. Wir waren ja noch nicht ganz tot. Wir wissen ja nicht, wann wir sterben. Na lernt. So, schau alle auf uns.